Stay with me Hallo, hallo, hallöchen und willkommen zurück zu einer brandaktuellen Folge Hero Zero. Ja, einige wird es sicherlich überraschen, dass ein Video von mir kommt, vor allem mit dem Inhalt Hero Zero. Aber es gibt Neuigkeiten, es gibt vieles zu erzählen und dafür dient dieses Video und wir schalten direkt in-game. Bis gleich. Ja, da sind wir auch schon in-game und Mensch, ich fasse es nicht, dass ich hier nochmal ein Video aufnehme aus dem In-Game-Bereich sozusagen von Hero Zero. Es hat sich ein bisschen was getan, habe ich das Gefühl. Aber es gibt viel wichtigere News, die ich euch mit diesem Video ankündigen möchte. Was blinkt denn hier schon wieder? Ich glaube, was ist denn das? An Heldennotrufe. Mensch Leute, das habe ich auch schon wieder vergessen, dass es sowas wie Heldennotrufe hier gibt. Es war für uns irgendwo hier ein Schurke zur Stelle, aber den habe ich anscheinend verpasst, ist aber auch nicht... Was ist das denn? Energiespeicher. Oh, da ist er auch schon. Ein Schurkenüberfall. Ja, greifen wir erstmal an. Oh, jetzt kann ich hier... Na, ist ja auch egal. Das hat ja gar nichts mit dem Eigentlichen zu tun, weswegen ich dieses Video hier erstelle. Und ich nach, gefühlt, ich glaube, im Oktober oder so kam das letzte Video. Vielleicht. Ich müsste jetzt nachgucken, aber soll ich mal kurz nachgucken? Na gut, ich schaue mal kurz auf meinem Handy nach. Also, es geht einfach darum. Wir sind hier auf Server 5. Ihr wisst, Server 5 ist der Server, wo ich wieder angefangen hatte, nachdem ich meine privaten Diskrepanzen hatte und so weiter und so fort. Und wo ich die liebe Kitty... War das Server 5? Boah, ich weiß es schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall war es der Server, wo ich wieder einen Neustart begonnen hatte. Nachdem ich auf Server 1, 2, 3 und 4, glaube ich sogar auch, schon aktiv war, hatte ich ja dann eine kleine Phase, wo ich nicht mehr gespielt habe. Und mit Server 5 ging dann das ganze Let's Play und das richtig intensive mit coolen Leuten zocken erst richtig los. Und auf Server 5 habe ich ja unter anderem auch meine 208 Parts Let's Play Hero Zero aufgenommen. Und ich stehe gerade auf meinem Handy vor 10 Monaten, vor ganzen 10 Monaten kam mein letztes Video, mein, in Klammern, vorerst letzter Part. Ja, das Vorerst hat sich anscheinend bestätigt. Hier bin ich wieder. Und es wird keine One-Night-Stand-Nummer oder keine Ahnung, One-and-Only-Nummer werden, bleiben, was auch immer. Nein, ich habe vor, öfters wieder Hero Zero Videos zu bringen. Jetzt wirst sich die ein oder andere fragen, hä? Hä? Warum, Fabi? Warum möchtest du wieder Hero Zero Videos bringen? War dir das nicht zu langweilig? War es nicht so, dass du überhaupt keinen Bock mehr auf die ganze, auf den ganzen Mist hier hattest? Ja? Da muss ich euch recht geben. Ja, dem war so. Ich hatte keine Lust mehr auf Hero Zero. Arbeitsbooster. Nehmen wir den? Nee, Arbeitsbooster wird überbewertet. Ich hatte keine Lust mehr auf Hero Zero. Das gab verschiedene Gründe. Der größte Grund war, dass ich halt zu wenig Zeit hatte. Und durch meine fehlende Zeit auch meine Lust dahin schweig, sage ich mal. Also keinen Bock mehr hatte, Videos zu produzieren. Es lag einerseits daran, dass sich Hero Zero nicht mehr wirklich entwickelt hatte. Andererseits waren die coolen Leute, die ich schon von früher kannte, wie Kitty, Shinsen, Thanatos und alle Konsorten, waren nicht mehr da. Die hatten das Spiel schon lange aufgegeben, sage ich mal. Und für mich gab es da keinen Grund mehr, weiter meine Kraft und Energie darin zu vergeuden, in Anführungsstrichen, das Spiel weiterzuspielen. Ja. Und das Problem war ja, es war nicht nur das Spiel spielen, was ja so schon ziemlich viel Zeit in Anspruch genommen hat. Es war ja auch noch das Videos schneiden. Ich wollte ja für euch Videos produzieren. Ich wollte mit euch gemeinsam Spaß an diesem Spiel haben. Und das Video produzieren hat halt so viel Zeit gefressen, dass ich mir gedacht habe, hier, es geht einfach nicht mehr. Ich kann das mit meiner Ausbildung nicht vereinbaren. Aber es gab einen Zwischenfall. Der hat sich jetzt, glaube ich, hier gibt es auch, glaube ich, Booster, oder? Ja, komm hier. Zack. Kann man das hier irgendwie auffüllen? Das konnte man doch irgendwie auffüllen, oder? Ey, das kann man nicht mehr auffüllen. Das konnte man... Oder greife ich für ein paar Donuts direkt sofort an. Das konnte man doch mal für acht Donuts oder so komplett auffüllen. Das geht nicht mehr. Man kann jetzt nur noch... Okay, das haben die auch anscheinend direkt geändert. Hier kann man das noch. Hier gibt es das Plus und hier nicht. Nun gut. Ist ja auch egal. Es gab auf jeden Fall vor ein paar Tagen, ich möchte sagen, es waren ungefähr anderthalbe Woche bis zwei Wochen, gab es einen Zwischenfall. Ein gewisser Herr meinte, unter ein altes Video bei YouTube einen Kommentar zu schreiben. Und dieser gewisser Herr hieß Mr. Shinsten. Und die ganz alten Zuschauer meiner Videos von den ersten S5-Zeiten und so, werden Mr. Shinsten kennen. Beziehungsweise werden es die Leute, die das nicht gesehen haben, spätestens durch seine Erfolge in Server 5 und Server 6, ich weiß nicht, ob er noch mehr Server gespielt hatte. Auf jeden Fall soll man Server 5 und Server 6 noch seine Erfolge kennen. Weil Mr. Shinsten war wirklich ein Typ, der hat durchgezogen bei der Hero Zero. Ihm war egal, wie viel Geld er dafür ausge... Okay, also so egal, wie Turbo Boy oder so war es ihm nicht. Aber er hat halt Zeit gehabt, er hat Lust gehabt, das Spiel zu spielen und hat dann durchgezogen. Und war wirklich einer der aktivsten Leute, die ich kannte. Und es war halt einfach so, Shinsten ist ein Typ, den muss man einfach mögen. Der ist so gechillt, der ist gut drauf, er macht Spaß, wenn man mit ihm sich unterhält und so. Und er hat halt unter meinem YouTube-Video, nachdem wir, ich glaube, 2-3 Jahre überhaupt keinen Kontakt hatten, waren es 2-3 Jahre? Ich glaube schon 2-3 Jahre oder so, Shinsten meinte ja dann einfach mal von S5 zu verschwinden und seine ganzen Accounts zu löschen. Aber das soll jetzt auch gar nicht Thema dieses Videos sein, sondern es geht einfach darum, wir haben uns unterhalten im TeamSpeak nach 2-3 Jahren. Das war einfach ein super Gefühl. Kitty, ich weiß nicht, ob ihr sie noch kennt, KittyCat86 war auch am Start. Und es war halt einfach ein super Gefühl. Und Shinsten meinte, hier, Fabi, hast du nicht Lust, mit mir Server 14 zu spielen? Und da dachte ich so, alter Shinsten, ist das dein Ernst? Willst du mich jetzt wieder in die Hero Zero, in Anführungsstrichen, Sucht reinbringen? Und er meinte, ey, Fabi, Server 14, das kann auch mal unser Server werden, blablabla, haben wir halt so ein bisschen geredet. Und eigentlich fand ich die Idee gar nicht so schlecht, weil Hero Zero ja ein Teil von mir war, ist, was auch immer. Das geht später einlösen, jetzt einlösen, keine Ahnung, jetzt einlösen. Hero Zero war ja schon immer ein Teil von mir, sage ich mal. Und ich hätte schon noch mal wieder Bock, einen Serverstart und auch die nachfolgende Zeit mitzuerleben. Dann hat er gesagt, ja, hier, Server 14 wurde noch nicht angekündigt, das dauert noch ein bisschen. Theoretisch müsste das dann im Februar, beziehungsweise im März soweit sein. Lass uns doch erst mal auf Server 5 noch mal ein bisschen so in das Spiel wieder reinkommen. Und ich dachte mir so, ja, gar nicht schlecht, klingt gut. So, und dann habe ich gesehen, dass morgen, genau morgen, am 24.01. ein richtig fettes Update rauskommen soll. Es sollen Heldenverstecke hinzugefügt werden, es soll ein komplettes Grafikupdate geben und, und, und. Und da dachte ich mir, es ist eigentlich ein guter Anlass, wenn ich eh seit heute wieder ein wenig bei S5 so rumgammel, ein Video zu erstellen. Vor allem, da man so noch mal sieht, wie es vor dem Update aussah. Wie gesagt, hier, das ist noch sozusagen das alte Hero Zero, wie wir es alle kennen. Das hier ist neu, da gibt es wahrscheinlich Munitionsgürtel, da kann man wahrscheinlich irgendwie Wurfwaffen stacken. Ah, achso, das muss man natürlich auch für Donuts freischalten, ist klar. Nun gut, genau, denn erstens wollte ich noch mal sehen, wie es halt aussieht vor dem Update. Es gab jetzt mittlerweile schon einen Trailer zu dem Update, wo man gesehen hat, wie es danach aussehen soll, das Spiel. Und es wird sich schon vieles verändern, meiner Meinung nach. Genaueres werdet ihr dann auf jeden Fall morgen in einem Video sehen. Denn, ja, Schlimmerstürmer, macht mal wieder Versprechen. Ich werde morgen, ich hoffe, es klappt zeitig, weil morgen bin ich wirklich ziemlich eingespannt mit Schule. Und danach muss ich einer Freundin beim Umzug helfen, blabi, blub, also da ist wirklich ein bisschen was am Start. Aber ich versuche trotzdem für euch das Video aufzunehmen, zu schneiden und dann hochzuladen. Denn das Update ist wirklich interessant. Wie gesagt, es gibt nicht nur das Heldenversteck, was wirklich einen riesen Änderungspunkt in diesem Spiel bieten wird. Sondern das Grafik-Update ist auch geil. Was es noch alles gibt, werden wir dann morgen früh erfahren. Wenn es wieder heißt, ich glaube um 9 oder um 10 oder so, wenn das Update rauskommt, werden wir sehen, wie es aussieht. Aber, heute schauen wir uns nochmal kurz an, wie es hier so aussieht, im sozusagen alten Hero Zero. Und, wie ihr seht, ich habe zur Zeit kein Team, obwohl ich ja zuvor ein treuer Held von Hero Clips Now war. Es war nur eine Frage der Zeit, wenn man überhaupt nicht mehr online kam. Und ich kam wirklich, die ganzen Donuts, die ich hier habe, die sind von den E-Mails, wo man immer nach einem Monat oder so gesagt bekommt, komm hier, wenn du mal wieder reinschaust, bekommst du 30 Donuts. Und das habe ich halt immer noch draufgeklickt, damit ich ein paar Donuts anstacke. Habe aber nie reingeschaut ins Game. Und dann hat mich George Renner irgendwann, genau, im August, haben sie mich rausgeworfen, weil, ist ja klar, die wollten noch was erreichen, die wollten noch weiterhin spielen. Und da war halt einer, der seit mehrerer Zeit nicht am Start ist, ging halt einfach nicht. Und da haben sie mich rausgeworfen. Und da war ich jetzt, wie gesagt, drei Monate ohne Team. Und jetzt, da mich Shinsten halt wieder angeschrieben hat und ich gesehen habe, Mensch, Shinny, du bist ja wieder hier, okay, hier oben scheint er nicht zu sein, aber bei der Stufe. Oh, Lord Lörich, 502, der hat die 500er Stufe geschafft. What the fuck, was hier nicht alles möglich ist, Mensch. Ja, auf jeden Fall, Hero Clips Now ist an erster Stelle mit 11.000 Ehrepunkte Vorsprung und hat auch recht gute, boah, die haben neue 25% Belohnung bei Duell- und Liga-Kämpfen plus fünf Trainingseinheiten. Der Handel, der, what the fuck, es gibt neue Trophäen. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Also der Triple Burger und die Ehrbarkeitsfigur, die kenne ich, ja, die sind ja von früher. Ja, aber der Ultra-Energie-Blitz ist neu, was natürlich das gleiche ist wie eine Energie-Trophäe. Und die Handel der Heldenkraft ist neu. Und die 25% Belohnung bei Duell- und Liga-Kämpfen, das ist eine komplett neue Trophäe, meiner Meinung nach. Also die habe ich auf jeden Fall noch nie zuvor gesehen. Oder ich habe es halt einfach verdrängt. So, auf jeden Fall hat dann Shinsten mich gefragt, ja hier, wenn du Office 5 wieder mitspielst, ich habe mich jetzt bei Hero Clips Now beworben und so, habe meinen Account wieder, blabiblub, möchtest du da nicht auch mit rein? Und da habe ich heute früh mal, unverblößt mit meinem Handy, als ich in der Schule saß, Joe angeschrieben, wie es halt aussieht, ob ich einen Platz, ob sie einen Platz frei hätten und so. Und dann hatten sie anscheinend einen Platz frei und da habe ich jetzt die Einladung und da werde ich jetzt natürlich meinem alten Team Hero Clips Now wieder beitreten. So, das werde ich natürlich rauszensieren, weil ich nicht weiß, wie die Leute darauf reagieren, wenn ich das hier eingeblendet habe. Im Endeffekt schreibe ich nur mal kurz ein kurzes Hallo und einen vielen lieben Dank für die Einladung von den Verantwortlichen. Ja, wie ihr seht, hier gibt es viele Hero Zero Nachrichten, Gratis Donuts, neue Hero Zero Well, blabiblub, blablabla, blablabla, ja, sind halt alles Team Nachrichten oder andere Nachrichten. Gut. Ja, und so sieht halt Hero Zero vor dem großen Update, was morgen kommt, aus. Und ich werde jetzt auf S5 sozusagen ein Road to Server 14 machen. Ich werde ab und zu mal ein Video bringen, werde euch bei Laune halten, wenn ihr das wollt. Und ihr könnt mir gern durch Kommentare, durch Daumen nach oben oder was weiß ich, durch Nachrichten ingame, gern zeigen, ob ihr Bock drauf habt, dass ich wieder Videos mache zu Hero Zero und ob ihr Lust habt, den Serverstart von Server 14 vielleicht in einem kleinen Livestream zu begegnen. Früher war das ja ganz cool. Ich weiß nicht, ob heutzutage die Fanbase noch so da ist, aber ich würde es auf jeden Fall versuchen einzurichten, wenn es von der Arbeit her klappt und so. Ja, und da könnt ihr mir gern mal in den Kommentaren eine kleine Nachricht hinterlassen, wie ihr das Ganze so findet, dass ich jetzt wieder hier bin, dass ich für euch Videos bringe. Wie gesagt, morgen, der Termin steht auf jeden Fall. Morgen kommt das Video zu dem großen Big Update. Ich bin wirklich gespannt und ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick hier in die alte Welt von Hero Zero gefallen. Schaut es euch noch mal kurz an, wie die ganze Sache hier aussieht. Und dann sehen wir uns, wie gesagt, morgen wieder, wenn es heißt, das große Update ist da. So, die Booster nochmal. Es wird sich bestimmt einiges verändern. Hier die Übersicht der Sondereinsätze. Wie gesagt, also allein schon hier die XP-Anzeige wird sich verändern. Das wird ein bisschen größer, soweit ich weiß. Die Mission, wie die Missionen hier aussehen, wird sich alles verändern. Ich bin wirklich gespannt, wie das morgen aussieht. Ich werde auch zuvor nicht reingucken. Ich werde wirklich mit euch so den First Look eingehen und dann meine Reaktion, sage ich mal, aufnehmen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid froh, dass ich wieder da bin. Und ich hoffe, ihr lasst kräftig den Like-Button sprengen, damit ich in Zukunft weiter glücklich mit euch Videos produzieren, beziehungsweise auch die Reaktion von euch mitbekommen kann. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut kräftig auf den Schurken ein. Und wir sehen uns morgen, wenn es wieder heißt Halli, Hallo, Hallöchen.